Ein Tag, beziehungsweise jetzt der zweite Tag bei schönem Wetter im Heidepark, da fährt noch die Testbahn. Um 10 Uhr geht es gleich los, als Hotelgas kommt man ja ein paar Minuten früher schon rein. Zweiter Tag Heidepark, heute mit Sonne, also bleibt dran! Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke, somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Luka, kannst du in der App sehen? Wir hoffen unser Video hat dir gefallen, abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.